Ahm, hab ich schon genug. Wo sind wir hier? Dünn. Einen vorher, oder? 66 Prozent. Ach, das ist ja schon der Boss. Mhm. Ah. Ah, ja. Jetzt kommt sicher wieder die Supernummer. Oh, einmal nicht, danke. Wow. Wow. Oh. Nein! Aber ist das Spiel stabil geworden? Ja. Resistenzen, 77, 95, 75, 77, ja das wird lustig. Hau drauf, hau drauf. Zwei Schaden. Woa, ich bin zur Ewe. Woh. 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 Und eine Hau drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, toll, der ist die Munde dagegen, nee. Warum ist der denn nicht? Achso, warte, das war der Buff. Ja, ist okay. Die ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Dieser Name Tuger, ist das nicht der Typ aus der Fischerhütte in der anderen Karte? Ich glaube schon, ja. Was macht denn der hier? Keine Ahnung. Gevett! 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 Moment, das ist ein Skill, der wird 3 weg, dann kann ich den nicht mehr, 4, den krieg ich für 3. Ich kann es üblich, die ich einfach nicht mehr, wie es ich, und wird 3. Oh, nicht in deiner Ernst. Ja, hol'n um. Ja, ich frage mich, ob ich noch eine Runde warten soll für die Heilung, aber... Ja, aber dann ist er vorher dran und wir wissen nicht, was er tut. Das ist so, ja. Boah, ich weiß gar nicht, ob er das...